Fünf Länder der Europäischen Union. Litauen, Polen, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Ich begebe mich auf eine Reise und hoffe, dass diese Union nicht nur eine wirtschaftliche oder politische ist. Wie das so ist, leihen sich ja Nachbarn in der Not Zucker. Das kann ein guter Vorwand sein, um einen Blick zu erhaschen, wie ihr Wohnumfeld aussieht, welche Atmosphäre vorherrscht oder mich einfach bei einem kleinen Plausch mit ihnen bekannt zu machen. Eine Reise von tausend Kilometern beginnt mit einem einzigen Schritt. Dieser Schritt ist oftmals der schwierigste. Doch wenn er bei Sonnenschein über der Ostsee erfolgt, so macht das die Sache um einiges leichter. Es ist ein langer Weg, um beim weit entfernten Nachbarn Litauen anzuklopfen. Ich sehe den langen Horizont an der Ostsee. Irgendwo dahinter ist mein Ziel. Das Meer treibt mich dahin. Ein Gebäude in Gestalt des Buchstabens K zeigt mir, dass ich in Klaipeda angekommen bin. Ansonsten dominieren zahlreiche Kräne das kurische Haff. Noch kenne ich hier niemanden. Begrüßt werde ich nur vermögen. Etwas, das mir vertraut ist. Was ist das hier? Ich darf bei Romaldas übernachten. Er hat bereits Besuch von zwei Bekannten, Hanna und Klaus, die ebenfalls aus Deutschland kommen. Da guten Gesellschaft wegen, nimmt er gerne noch eine dritte Person auf. Wir singen und essen Fisch, den sein Nachbar geangelt hat. Romas ist 61 Jahre alt und sitzt meistens in der Küche. Er läuft auf Krücken. Das hindert ihn an gar nichts. Den Abwasch übernimmt er alleine. Er serviert uns Kaffee und Tee. Das mit dem Zucker war sowieso nichts weiter als ein Vorwand. Romas erklärt mir, warum er drei Fremde eingeladen hat. Ich habe ein guter Zeit. Er freut sich darüber, dass es Menschen gibt, die lernen wollen und dazu verreisen. Wenn die Leute kommen, sie sehen, was in Lithuania ist. Aber wenn du dich in Hause sitzt, ich will zeigen, dass nicht nur die Schmerzen leben, in Lithuania. Denn wenn du deine Nachrichten in Deutschland liest, Man sollte aus erster Hand erfahren, so Romas, wie zum Beispiel die Nachbarschaftsverhältnisse mit den zwei anderen baltischen Staaten sind. Wenn du nachdenken, nach Latvia, Estonien, dann wirst du sehen. Vielleicht erzähle ich meine Meinung, aber vielleicht wird dein Meinung sehr unterschiedlich. Du wirst nicht wissen, welche Leute ich kann treffen, oder welche Leute du wirst treffen. Was ich sah, sah ich. Was ich kann mehr sehen? Mehr Stadt. Was ich kann mehr sehen? Ja. Ich sehe Socialismus. Ich sehe Kapitalismus. Was ich kann mehr sehen? Life moves sehr schnell. Sehr schnell. So, wir müssen genießen, was wir haben. Wir vênen einen Entstest. Wie schön, wie sehr schön, wir sehen, was wir haben. Mit Klaus und Hanna überquere ich das kurische Haff, um die Nährung zu sehen. Dieser schmale Landstreifen gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er ist praktisch vor Romas Haustür. Auf der Halbinsel sind Waldstücke, hohe Sanddienen und nach Geschlechtern getrennte Strandabschnitte. Der Sand ist fein und weiß und sieht wie Schnee aus, vor allem an einem so hellen Märzmittag. Die ideale Gelegenheit, um anzubaden. Auch meine beiden Weggefährten baden an. An welchem Strandabschnitt kann man sich denken? Am Nachmittag möchte ich mich in der Stadt umsehen. Sie war früher nördlichste preußische Stadt und wurde Memo genannt. Das Wetter hat sich verschlechtert. Auf den Straßen sehe ich nicht viele Menschen. Durch die graue Kulisse kommen sie mir monoton vor. Doch verbergen sich hinter der vermeintlichen Monotonie interessante Geschichten. Wie das der Frau, die von einem Mann mit Eis bekleckert worden ist. Sie lachen darüber und er zieht sie zu sich. Vielleicht gehen sie in ein Café. Es wäre wohl besser, sie würden sich dort nichts bestellen. Es wäre wohl besser, sie wäre wohl besser, sie würden sich nicht bestellen. Lai Peda ist eine kontrastreiche Stadt. Man sieht, dass die Menschen dort eine andere Epoche gelebt haben. Spuren vom Sozialismus sind an den Straßen und Gebäuden zu sehen. Und dort auch nochmal das Gefälle zwischen gut konservierten sozialistischen Bauten und Vernachlässigten. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem ich an der litauischen Ostsee meine ersten Eindrücke von der Reise verarbeitet habe, beschließe ich, weiterzuziehen und zu entdecken. Eine leerstehende Fabrik wird zur Halle moderner Kunst. Seit Jahren nutzen junge Menschen diese Wände als Medium, um sich auszudrücken. Ob der Zugang zu der ehemaligen Fabrik legal ist, ist sekundär. Gabriele ist selber Künstlerin und sieht sich lieber im Hintergrund ihrer Werke. Gemeinsam mit Lukas heißen sie mich so in der litauischen Hauptstadt Vilnius willkommen. Ich habe sie nämlich darum gebeten, mir etwas Besonderes zu zeigen. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Begeistert zeigen sie mir ihre Stadt, doch möchten sie lieber die Bilder selber sprechen lassen. Künstler brauchen nicht immer Worte, um sich mitzuteilen. Beide sind von Natur aus neugierig und so erkunden sie die Stadt zusammen. Die Menschen in Vilnius kommen mir zunächst verträumt vor. Eine alte Frau wirft ihren Blick auf die Stadt, lächelt kurz und geht dann weiter. Es sind die bescheidenen Viertel, die besonders interessant sind. Die Häuser sind aus der Vorkriegszeit und sprechen Bände. In den kleinen Gassen fühle ich mich wohl. Oujupis ist ein autonomer Stadtteil mit eigener Konstitution, Armee und Währung. Es ist eine Künstlerkolonie und wird mit dem Montmartre in Paris verglichen. Gabriele, Lukas und ich steigen auf ein Hügel, von dem Vilnius-Panorama gut zu sehen ist. Vilnius ist die Stadt der Kirchen. Wir stehen teilweise direkt nebeneinander. Es sind 65 auf gut eine halbe Million Einwohner. Coca-Cola sponsert manchmal die Pflanzenkübel, die vor ihnen stehen. Das ist die Stadt der Kirchen. Die Stadt der Kirchen, der Kirchen, die Sie eine sehrscheitin. Sie sind sie große, von einem they are. Schokolade Musik. Sie sind sie so will. Werdenör Jinchen Liedief Jesus ist das eine hohelle. Amen. 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 Der geografische Mittelpunkt Europas ist 19 Kilometer von Vilnius entfernt. Im Europos Parkas wird darauf hingewiesen. Dieser Park ist unter diesem Umstand ein besonderer. Dank seiner skurrilen Dekoration ist er es auch. Ich verabschiede Litauen an diesem ruhigen Ort und weiß, dass ich hier immer willkommen bin. Die Reise geht weiter. Das tut sie immer. Auf meinem Weg durch Europa habe ich das Glück bei Piotrek unterkommen zu können. Er wohnt in Olsztyn, was vom deutschen Eilenstein kommt. Die Stadt mit den vielen Seen liegt im Nordosten Polens. Trotz grauem Himmel hat sie einen Charme. Genauso wie Piotrek, der trägt heute nämlich auch Grau. Es gibt die Wahl. Wenn du spielst, wenn du spielst. Wenn du spielst, wenn du spielst. Wenn du spielst. Es gibt die Möglichkeit. Piotrek zeigt dem Astronomen Kopernikus, der hier residiert hat, die Sterne. Ist fröhlich und ehrlich, doch besuche ich ihn nur für eine kurze Zeit. Er gestaltet meinen Zwischenstopp sehr angenehm. Denn auf einer Reise muss man nicht nach dem großen Erlebnis suchen. Es heißt doch so schön. Ein geglückter Urlaub besteht aus lauter netter Kleinigkeiten. Immer wenn ich das Gefühl habe, eine Stadt ordentlich kennengelernt zu haben, ziehe ich weiter. Um immer unterwegs zu sein und dabei Neues zu entdecken. Nun bin ich in Kopernikus Heimatstadt Torund angekommen. Es liegt etwa zwischen Warschau und Danzig und hat in der Altstadt eine Menge Sehenswürdigkeiten zu bieten. Schöner Schäuern Schöner gerade in der Altstadt Untertitelung im Auftrag des ZDF für die nächsten Malen Ich hatte jeden Tag eine Arbeit auf der Stadt und ging immer nach der Stadt. Ich weiß nicht, Toruń ist so specyfisch, dass es ein Stare Stadt ist und man immer wieder rauskommt. Manchmal sieht man jemanden, weil sich hier alle kennen und es gibt keine Probleme. Meine Freunde, manchmal kommen die Stadt an der Weichsel. Am Philadelphia Boulevard an der Weichsel treffe ich Paulina. Des Studiums wegen ist sie von Kutno nach Torun gezogen. Sie sagt mir, wie schnell man diese Stadt ins Herz schließen kann. Sie ist bei unserem Treffen gut gelaunt und mit ihrem Lächeln repräsentiert sie die Stadt gut. Sie ist bei unserem Treffen gut gelaunt und mit ihrem Lächeln repräsentiert sie die Stadt gut. Die Stimmung ist ausgelassen und wir quatschen bis in die Abendstunden. Sie liebt es zu reisen und Menschen kennenzulernen. Mit diesem Gedanken kann ich mich anfreundlich. Ich liebe solche Słowiaische pode Juden. Ich liebe sich sehr auf die Geführe. Ich liebe mich zu den Gosen, die auf die Geführe. Ich liebe mich nicht auf die Geführe. Ich liebe mich noch die Geführe. Ich liebe mich zu erleben. Ich liebe mich zu sehen. Ich liebe mich zu sehr, wenn ich mich in eine Seite in der Zeit, ich meine Leute einstehen, dass ich mir diese Leute einstisch zu Label gingen. Ich bin ja gerade so auf der Ratscheuse. Ich bin natürlich eine Zeit zu arbeiten. Ich bin ja nicht immer so lange, wie ich es wollte. Ich bin ich mit einem Zeitgeist oder habe ich ein paar Mal. Aber ich bin ja noch Zeit und kann, ich mir sehr gerne, ich bin mir dort ein, eine Bescheidung von mir zu treffen, ich kann mich mit. Ich bin ja immer so. Ich bin ja immer so. Und kurz. Wo haben wir es bei uns? Als wir nach Hause gehen, sind ihre Bekannten tatsächlich auf dem Fußballfeld. Sie freut sich, sie zu sehen. Das Treffen mit Paulina hat mir für die Zukunft neue Energie gegeben. Umso mehr kann ich mich darauf freuen. Sie sind sehr herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, dass ich nach Soppa zurückgekommen bin, weil ich wusste, dass dieses Jahr war mein Haus. Und mein Haus war nicht in Frankreich. Jetzt fühle ich mich, als ob ich hier in der Straße arbeite. Ich denke, ich werde viele Mal zurück. Pierre Yves ist ein Franzose, der in der polnischen Ostseestadt Gdańsk studiert. Die Entscheidung, im Ausland zu leben, fiel ihm leicht. Ich kann mir vorstellen, dass man viel lernen kann, gerade dann, wenn man die gewohnte Kulisse nicht um sich hat. Die in Bernstein getauchte Stadt scheint sehr offen für ihre Gäste zu sein. Sie steht in den Vorbereitungen für die Fußball-Europameisterschaft im Sommer, denn es ist mittlerweile April. Polen und die Ukraine zeigen, was gute Nachbarn produzieren können. Pierre Yves zeigt mir das Trumjasto, also den Verbund der drei beieinanderliegenden Ostseestädte Gdańsk, Soppa und Soppa. Polen nennen sie vereinfacht die Dreistadt. Soppa ist für die Seebrücke bekannt, die längste in Europa. fien. Puh! Po, Po! Po, Po! Schnee im April ist eine seltsame Sache, außer er wurde für das Snowboard-Festival einer Seebrücke aufgeschüttet. Pierre Yves lädt mich zu seinem French-Chip ein. Ich darf auf seiner Couch schlafen, dabei gucken wir die Simpsons. Er gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Er gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Er gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Musik Paris bedarf keines Schildes, um es zu erkennen. Wo unter der Erde auf dem Weg zur Metro Kapellen singen, da ist Paris. Und wo über der Erde der Verkehr ungeniert ist, da ist auch Paris. Ob schon jemand die Citroëns, Renaults und Peugeots auf den Champs-Élysées gezählt hat? Ich nicht, aber auf den Gedanken könnte man kommen, wenn man sieht, wie viele von ihnen da langfahren. Vor allem Oldtimer. Ein Mann rettet eine Frau, sie bekommt es nicht mit. Eine Motorradfahrerin bekommt eine SMS, sie bekommt es mit. Ein Baguette und sein Herrchen im Helm. Und hier gucken zwei aus einem Rucksack heraus. Ich passiere die Champs-Élysées, einem beliebten Ort, um Heiratsanträge zu machen. Ich sehe den historischen Platz der Bastille, auf dem in wenigen Tagen traditionell demonstriert wird, denn es ist Präsidentenwahl in Frankreich. Von den Sehenswürdigkeiten darf ich mich nicht zu sehr ablenken lassen und vergessen, in die Gesichter der Menschen zu blicken. Aber vor Notre Dame treffe ich Marcel. Ich gehe für Hohen und Hohen und Hohen und Hohen und Hohen und Hohen und Hohen, nach der Stadt, nach der Menschen. Ich finde immer neue Pläne, es ist eine große Stadt, also ich weiß nicht, dass ich in fünf Jahren alles weiß. Ich bin immer überrascht, dass die Straßen, die ich nie da war, und die Dinge zu sehen, und wie die Leben verändert, von einem Teil der Stadt zu einer anderen. Es ist schön, zu sehen, dass du eine schöne Schönheit rundstern hast. Paris hat die Tür für mich geöffnet, also ist es sehr wichtig, und es ist sehr wichtig, hier kann ich zu Berlin, zu London gehen, ich bin in der Mitte der Dinge. Wenn ich mich selbst überrascht, gehe ich nicht zu diesen beiden offensichtlichen Besten, gehe ich zu anderen Besten. Auch wenn sie in verschiedenen Sprachen sprechen, weil ich wirklich will, und manchmal zu hören, mit einem neuen Sprachen, mit einem neuen Sprachen. Also, es ist schwer zu sagen, weil jede Stadt hat seine schöne Dinge. Ich denke, es ist ziemlich unfair, mit allen anderen Städten in der Welt zu sagen, dass es die schönste Städte in der Welt ist. Es ist nicht nur die Städte. Zum Beispiel, wenn man über Paris geht, und es regnet, wird man nicht so gut für die Städte finden. Und wenn es unter der Sonne ist, dann sogar sehr größen Städte werden. Ich liebe die Kontraste. Die Kontraste, weil es in den 70er Jahren war, und die Leute hated es. Denn es hat nichts zu tun mit dem Typen der Stadt. Es ist komplett schockend, dieses ganze Konzept des George Pompidou Museum. Und es ist sehr colorful. Es hat Menschen in etwas, was sie vorher nie experimentiert haben. Marcels Blickweise inspiriert mich. Statt in die Galerie des Centre Pompidou hineinzugehen, beobachte ich lieber die Menschen davor. Marcel und ich gehen eigene Wege weiter, und meiner führt zum Louvre. Ich habe das Gefühl, dass ich den Louvre erlebe, denn ich sehe die Kunstwerke. Und gleichzeitig sehe ich die Menschen, die vor ihnen stehen. Ich finde, so absorbiere ich mehrere Elemente im Raum, denn mein Blick geht nicht nur zu den Gemälden und Skulpturen. Was hier wahre Kunst ist, liegt im Auge des Betrachters. Für mich sind es auch die Menschen, die das Museum besuchen. Wir sind nicht in Las Blanches, wir sind in Las Blanches. Las Blanches ist der famous Moulin Rouge. Es gibt Menschen, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag lang. Es gibt viele Leute. Ich liebe es, wenn es geht. Ich liebe es, wenn es eine Aktivität gibt, eine Energie, eine gute Energie mit Menschen, die man von überall im ganzen Weltkrieg treffen kann. Die Kulisse passt zu Eddy. Einerseits ist er ein dynamischer Mensch, auf der anderen Seite ein ausgeglichener und ruhiger. Das wird mir durch die Orte, an die er mich führt, deutlich. Paris ist eine historische Stadt. Also, überall wo du gehst, du hast du etwas zu erzählen und lernen. Das ist der Grund, warum ich wirklich liebe diese Stadt und leben in dieser Stadt. Especially in Montmartre. Ich lebte da seit zehn Jahren. Ich descubriere mich jeden Tag. Immer heute, nach zehn Jahren, ein Ort in Paris. Was fotografierst du? Moulle Fritte. Weil es ist eine Konjugation, der Charakter ist, dass es ein Fehler ist in der Welt. Du musst dieses Ort wissen. Eddy entführt mich auf den Montmartre und seine Neugier macht mir Lust darauf, Paris weiterzuentdecken. Immer wieder schaue ich mir auf meiner Reise auch die Orte an, die Touristen sehen. Denn ein Pariser vermag vielleicht die Basilika Sacré-Cœur auch nur als eine weitere große Kirche auf einem Hügel zu sehen und den Cimetière de Montmartre als düsteren großen Friedhof. Es gibt Bilder, die sehen Einheimische nicht. Sie nehmen sie nicht mehr wahr. Wie die Lampe auf unserem Nachttisch oder das Fliesenmuster in unserem Badezimmer. Es sind Bilder der Gewohnheit. Ich darf nicht vergessen, dass Touristenbilder, zum Beispiel vom Triumphbogen, häufig idealisierte Bilder sind. Jeder muss da den Mittelweg seiner Betrachtungsweise finden. Viele Pariser assoziieren Versailles bestimmt auch nicht in erster Linie mit dem prunkvollen Schloss und seinen Gärten. Ich zumindest sehe durchaus Vorteile darin, Städte als Tourist wahrzunehmen. Von denen gibt es übrigens in keinem Land auf der Welt mehr als in Frankreich. Jährlich kommen hier mehr Touristen her, als das Land Einwohner hat. Im Château Versailles verlaufen sich einzelne Touristengruppen permanent und daher müssen sie einen lustigen Wegweiser hinterherlaufen. Der Oberst der Winde ist mein Auto und die Verbrauchチöten. Der Boden ist hier in ihren Lappen Notfall, und wurde in den Ländern vertrenden, den tächlichen Wegweiser in der Verbrauchten Töhlenden. Benutzt, jetzt ist er noch nicht durft. Sollen Sie sich einen Miaisart, in der room im Jaishapit oder in der Garte auf respondent, und in der Lappen die Verbrauchte zu haben, ist es auch eigentlich nicht mehr so leicht. Es gibt Geschichten, dass der Eiffelturm eigentlich in Barcelona stehen sollte, oder dass man ihn nach 20 Jahren wieder abzureißen hatte. Wie dem auch sei, steht der Eiffelturm in Paris immer noch. Man glaubt es erst so richtig, wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat. Schließlich ist einmal selbst sehen mehr wert als 100 Bilder zu sehen. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Im 19. Jahrhundert plädierte Alexander von Humboldt darauf, dass Reisen und Verstehen miteinander zusammenhängen sollen. Daher reise ich zu der Welt der Nachbarn, will die Nachbarschaft entdecken und verstehen. So kann ich mich besser verstehen, glaube und hoffe ich. Paris, es war schön, dich kennenzulernen. Ich nehme viele Eindrücke mit für die Zukunft und denke dabei an die Baguettes im Rucksack, die Citroëns auf der Straße, die singen Männer in der Metrostation. Ich schätze die Andersheit in Paris. Man begrüßt sich mit einem Kuss, das Ritual wird zweimal wiederholt. Auf der Straße endet jeder Satz höflich mit Madame oder Monsieur. Und sogar die öffentlichen Toiletten wünschen einem einen schönen Tag. Bilingual. Bühwein. Die Leute, die ich auf meiner Reise treffe, stecken mich an. Womit genau, weiß ich nicht, aber es treibt mich immer weiter voran. Es muss etwas unheimlich Positives sein. Das Pinkeln ist ein Leitmotiv in Brüssel, dem Sitz des Europäischen Parlaments. Ich frage mich, woher das kommt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Belgien eine Biernation ist. 250 Biere gibt es alleine in diesem kleinen Laden. Und das ist das Schaufenster eines Kiosks. Wofür ist Belgien noch bekannt? Für belgische Waffeln, die es in mehr Sorten gibt, als man glaubt. Alle essen sie, selbst das Mannequin Piss. Dann die belgische Schokolade. Hier hängt sie überdimensional in der Galerie du Rois, der Königsgalerie. Und Pommes, also French Fries. Sie kommen auch aus Belgien. Und Vincent van Gogh. Nein, der hat sich hier in Belgien verehrt und kommt aus Holland. Doch was ist Belgien nun wirklich? Und warum besteht es aus einem holländischen Teil Flandern und einem französischen Wallonie? Wenn ich in Holland gehe, Leute sprechen die gleiche Sprache. Aber ich fühle mich in ein anderes Land. Und wenn ich in Wallonie gehe, es ist das gleiche Land. Sie sprechen eine andere Sprache. Aber ich fühle mich, sie essen wie uns. Sie fühlen wie uns. Sie fühlen wie uns. Sie fühlen wie uns. Für die Schokolade und die Bier und alles. Sie sprechen. Aber wir wollen es. Es ist ein bisschen eine schwierige Situation. Es ist etwas, was seit den 70ern passiert. Wir haben alles in den letzten 50 Jahren verstanden. Wir schauen nicht mehr in den gleichen Spielen. Wir schauen nicht mehr in den gleichen Spielen. Wir schauen nicht mehr in den gleichen Spielen. Wir haben andere politische Partien. Und in Flanders, sie wissen nicht, was passiert in Wallonie. Und in Wallonie, sie wissen nicht, was passiert in Flanders. In Belgien ist nur der König. Und die Armee. Und die Justice. Wir sind nicht so anders. Wir sind alle die gleiche. Wir haben die gleiche. Wir haben die gleiche. Wir wollen alle glücklich sein. Und das ist alles. In Buddhism, es ist sehr wichtig. Es ist ein Mantra. Sie sagen, dass Sie immer wünschen, dass alle Menschen glücklich sein können. Und friedlich. Und freiwillig. Und freiwillig. Und freiwillig. Und freiwillig. Immer enden mit wünschen. All das Goods zu allen Menschen. Zu allen Menschen. Nicht nur die Menschen, aber auch die Tiere. Ja. Ja. Es verändert sich viel. Ich schaue auf eine andere Weise. In die Welt um mich. Es macht mich glücklich. Zu sehen andere Menschen. Und zu hören ihre Geschichte. So viele verschiedene Opinionen. Für mich war es wichtig. Es ist wichtig, die Menschen zufrieden zu geben. Dass sie die Schlüssel haben können. Und sie können, was sie wollen. Peter ist ein guter Gastgeber. Und gesteht mir viele Freiheiten ein. Er ist ein ausgeglichener Mensch, der täglich meditiert und nach den Regeln des Buddhismus lebt. Ich möchte aber sehen, wo er lebt. Ja. 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 Da, ja. Musik Musik Das Glockenspiel der Kathedrale, das Rathaus am Grand Place, der Königspalast, die Brüsseler Börse, die Basilika von Kugelberg, die Liebfrauenkirche und das Atomium. Musik Es stellt ein Eisenmolekül dar, 165 Milliarden Mal vergrößert. Musik Die Kugeln sind durch Rolltreppen verbunden. Sie gehören zu den längsten Europas. Sie sind marktisch. Das Atomium ist wie der Eifelkuhl. Er ist einzig für die Eröffnung einer Weltausstellung erbaut worden. Musik Nur positiven Umständen ist es zu verdanken, dass beide noch stehen. Mit dem Atomium hat Belgien ein Symbol erhalten. Neben dem pinkelnden Jungen Musik Die Welt ist ein Buch. von dem man nur die erste Seite gelesen hat, wenn man nur sein Land gesehen hat. Dieses Sprichwort habe ich in Frankreich gelesen und es fällt mir ein, als ich Bert treffe. Berts nächstes Ziel ist China. Mir seine Stadt Antwerpen vorzustellen, nimmt er als Gelegenheit, sich von ihr erst einmal zu verabschieden. Er sagt, er sei selber offen für Kulturen und Menschen. Bert ist Stadtplaner und kennt Antwerpen nur zu gut. Er ist gastfreundlich, aber nicht nur, weil es sein Beruf ist, die Stadt lebenswerter zu gestalten. Bert ist in seine Stadt geradezu verliebt und bemüht, mir all ihre Facetten zu zeigen. Er erzählt mir, dass der Stadtname auf einer Legende vom riesigen Stadtmonster beruht. Ihm wurde die Hand abgeschnitten und ins Wasser geworfen, also Handwerfen. Bert habe ich alle Bilder zu verdanken, die mir von dieser wunderschönen Stadt übrig geblieben sind. Als wir in einer Galerie sind, wo Menschen Champagner unter der vergoldeten Säcke trinken, lese ich ein riesiges Banner, die Kunst, man selber zu sein. Diese Aussage muss ich reflektieren. Bin ich ich selber geblieben, nach all den Reisen und den Menschen, die mich zu sich eingeladen haben? Bevor ich Belgien verlasse, zeigt mir Bert die Stadt bei Nacht. Ich bewundere die riesige Liebfrauenkathedrale. Mit dem Fahrrad fahren wir an den schönsten Platz in Antwerpen. Wir sehen Sterne. Auch wenn sie nur künstlich sind. Vieles in Rotterdam erinnert mich an eine Weltstadt. Schließlich hat die holländische Stadt den größten Hafen Europas. Die Brücken, die Hohhäuser, all das ist nach dem Vorbild in Manhattan gebaut worden. Aber das skurrile Penhouse, also Stifthaus, umstürzende Wände oder umgedrehte Fenster sind wohl einzigartig. Viel ist nach den Weltkriegen nicht übrig geblieben. Olym John zeigt mir auch die Statue mit den Tänzern, für die er selber als Balletttänzer und Choreograf eine Inspiration war und im Modell stand. Pauline Johns Blühnenname ist Michael und es gibt mehrere Gründe, warum das Tanzen seine Berufung ist. Und die Gebäude sind sehr freundlich, weil ich mit den Tänzern habe, und ich bin sehr glücklich mit jemandem. Ich bin sehr glücklich mit jemandem, jemandem, dass ich meine Stückchen tanke, das ist die Hauptgründe. Rotterdam Leute sind sehr viele Tänzern, und wir haben ein Karneval in Juli, glaube ich. Es ist Karibische Karneval, die ganze Stadt sind verrückt, sie tanzen den ganzen Tag. Und es ist, ich glaube, in Holland und in anderen Städten, die man nicht sieht, diesen ganzen Festivals. Eine der Gründe, warum sie diesen Karibischen Karneval machen, ist, dass die Rotterdam-Leute sehr einfach rausgehen und Spaß haben. Ich denke, es ist in den Genen der Menschen, die Rotterdam-Leute. Zufällig ist zur Zeit gerade das Königin-Fest. Das Konzept, alle machen Party und tragen dabei Oranien. Das Konzept, alle machen Party und tragen dabei Oranien. Ereестно der Fläche. Das Konzept, alle starbarten frequif shot!" Das Konzept, alle verschiedene Player Bücher. Dreheben wirklich? Siff, alleücken-żej baptischen Engagement in osteoastrophäe. Das Konzept, alle Möglichkeiten undighing zusammen YOUTUCH! MUZIEK Ein Mann versucht die Welt zu retten, indem er weiße Rosen verteilt. Sie sind Teil einer Demonstration in Den Haag, welches das politische Zentrum der Niederlande ist. Nicht nur die Politik, auch das Königshaus ist hier. Dies ist der erste Arbeitstag nach dem Königintag. Und dieser Nationalfeiertag wird wirklich gefeiert, da bleibt man nicht zu Hause, weil man frei hat. Man ist ausgegangen. Es ist Mittagspause und die Menschen machen einen erstaunlich ausgeschlafenen Eindruck. Die Menschen wohnen in Häusern mit riesigen Fenstern und Fensterläden. Sie haben praktisch immer die Sicht aufs Wasser. Oder sie wohnen auf dem Wasser. Hausboote legen quasi an jedem Kanal an. Denn im Boot zu wohnen, ist hier legal. 2 Monate bin ich nun in Europa unterwegs. Meine Reise führte mich von Litauen und Polen im Osten nach Frankreich, Belgien und in die Niederlande im Westen. Und nun bin ich in Amsterdam. Hier möchte ich nur noch die vielen Kanäle, Brücken und Boote genießen. Die Italiener Giacomo Leopardi sagte, die Welt gehört dem, der sie genießt. Ich bin erstaunt darüber, welche Leichtigkeit hier an den Tag gelegt wird. Man lebt fröhlich beieinander, ohne sich scheinbar gegenseitig zu stören. Ich bin erstaunt darüber, welche Leichtigkeit ist. Mesa und ich fahren nach Cadveig. Sie ist meine letzte Gastgeberin, die mich zu sich einlädt, bevor meine Reise zu Ende geht. Sie erzählt mir eine Geschichte, die sie verändert hat. Ich war einmal im Supermarkt und eine Frau hatte viel Cheese. Und ich sah die Cheese und sie sagte, Sie wissen, dass das Cheese mit mir in einem Orphanage in Guatemala ist. Und dann hat sie mich angefangen, dass sie immer nach dieser Orphanage ging, und sie immer nach dieser Dutch Cheese mit ihr und alte Toys ging. Und sie sagte mir über diese Orphanage. Und ich dachte wirklich, als ich aus dem Supermarkt kam, ich wusste, dass ich irgendwie wusste, wie das Orphanage aussieht, nur weil sie gesagt hat. Und für mich ist das eine Stein, die mich selbst entwickelt hat. Cadveig liegt neben einer Stadt, die Leiden heißt und zu der ich ganz zum Schluss fahren möchte. In der kleinen und beschaulichen Stadt an der Nordsee hat sie eine Wohnung. Doch wir führen unser Gespräch am Strand fort. Ich bewege 33 Mal in meinem Leben. Und in der Anfang, eigentlich alle Zeiten, ich habe das gemacht, weil ich zu einem besseren Ort ging. Ich gehe nur zurück, wenn ich nach Hause fühle mich. Und zum Beispiel, Berlin ist eine Stadt, wo ich... ...würde... Eine Schar Möwen fliegt über der Nordsee und Messa verliert sich in dem Augenblick. Ich mich ebenso, da meine Reise beim Einblick des Horizonts begonnen hat, und ich an ihm auch merke, dass sie jetzt langsam endet. Für Messa geht es bald auch weiter. Ich stehe jetzt in Cadveig, also das war letztendlich nicht meine letzte Destination. Als ich mich mit Messa unterhalte kommt die Sonne am Strand von Cadveig raus. Wir beobachten, wie ein Mann und sein Sohn einen Fisch angeln. Dabei denke ich darüber nach, warum ich die ganze Reise nun gemacht habe. Aus Langeweile? Bin ich vor irgendwas geflohen? Warum reisen Menschen überhaupt? Ich bin mittlerweile überzeugt, dass es jeden Menschen in die Ferne zieht. An einen Ort, an dem man jemanden treffen kann, von dem man etwas lernen wird. Ein Ort, der unsere Neugier nach etwas Neuem befriedigt. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Und ich wollte sehen, wie es funktioniert, wie die Menschen von nebenan leben, was sie so machen. Es sollte kein Actionfilm sein und darf auch mal langweilig sein. Hauptsache, es ist authentisch. Das ist so, wie man den Fisch fährt. In Cadveig. Messa und ich lassen den Tag in einem Strandcafé ausklingen. Gemeinsam mit Messa unterhalte ich mich nun über die Gedanken, die mir am Ende dieser Reise gekommen sind. Die Welt ist ein großer Ort. Die Menschheit ist derjenige, der die Grenzen inventiert. Ich sehe nicht Grenzen. Ich sehe kulturen. Aber die Kultur stopt nicht an einer bestimmten Grenze. Zum Beispiel, wenn man in Polen geht, in den Norden gibt es Menschen, die Deutsch sprechen. Also, was? Sind sie Polish? Sind sie Deutsch? Das ist wirklich dumm. Ich bin zwei Jahre, für die erste Mal zurück in Syrien. Und es war sehr strange, weil ich Syrien bin. Aber als ich zurückgezogen habe, alle mich als ein foreigner. Also, sie sehen mich als ein Deutsch-Person. Während ich nicht Deutsch-Person. Ich fühle mich, dass ich ein Weltkirchen bin. Und es gibt so viel zu finden in der Leben. Und das Leben ist so klein. Du könntest morgens sein, und es ist nicht ein Piddy, dass du nicht gesehen hast, montagern, montagern, Seas. Für mich ist das Weltkirchen ein großartiger Park. Und in jedem Land, du gehst, ist wie ein Roller-Coaster. Für mich ist das Sprache nicht ein Bord. Weil, nach einer Person, das sagt auch viel. Ich meine, Glück, ist ein Schmerz. Und überall in dieser Welt, wenn du eine Person lächelst, wirst du wissen, dass die Person glücklich ist. nein. Ich denke, es ist limitiert, wenn die Leute das nicht verstehen. Als wir uns unterhalten, lächelt Messa häufig und ist nachdenklich. Sie ist offen, und bevor auch wir uns trennen, erzählt sie mir, wie sie sich in dieser Stadt, Godwake, fühlt. Ja, es ist schön, aber es ist eine nahe Gemeinde. Die meisten Menschen leben hier für Jahre. Also, wenn man hier, als ein Outsider, ist es sehr schwierig zu treffen, mit Menschen. Also, ich weiß nicht jemanden. Ich habe einfach herausgefunden, dass es hier wirklich schwierig ist. Also, ich gehe mit dem Fluss, und versuche, neue Menschen zu treffen. Für mich, es ist jetzt Hause. Aber wenn ich eine andere Möglichkeit sehe, in einem anderen Land, dann kann ich gehen. Was wissen Sie über den Welt? In der Endeffekt, wir leben nicht in einem Ort. Wir leben auf der Erde. Und warum sollte wir nicht die Schönheit haben, die wir auf diesem Planeten haben? Hause ist ein Ort, wo ich mit einem Lachen wache und mit einem Lachen gehe. Und das ist es. Das andere, ich will wirklich nicht. Vor der Kulisse in Leiden, lasse ich meine Reise Revue passieren. Ich erinnere mich an den Tee, den ich mit Romas in Kleipeda getrunken habe. Der Nudistenstrand mit Hannah und Klaus. Gabrielis und Lukas Kunsthalle in Vilnius, die übrigens abgerissen wird. Die Sternkunde mit Piotrek in Olsten. In Torun mit Paulina das Fußballspiel. Die Bernsteine in Gdańsk mit Pierre Yves. Ich nehme die Wörter mit von Marcel vor der Notre Dame und von Eddy beim Moulin Rouge. Der Buddhist Peter aus Brüssel. Der China-Reisende Bert aus Anwerpen. Der Tänzer Olin John A. Carmichael im Oraniefieber. Der gefangene Fisch mit Messer. Reisen sind ein gutes Mittel zur Selbstbildung. In einer Welt mit immer weniger Barrieren wird es leichter, sich fortzubewegen. So ist es möglich, vieles zu lernen. Auch über sich selbst. Und es ist einfach, stellte ich fest, unsere Nachbarn kennenzulernen. Wir treten in eine Union und bilden aus einer Nachbarschaft quasi eine Wohngemeinschaft. Die Wände sind zwar trotzdem noch da, doch hinderte mich das nicht, bei ihnen anzuklopfen und mich vorzustellen. Ich bin überrascht, wie offen sie zu mir gewesen sind und wie gerne sie einen Fremden bei sich aufnehmen. Denn wenn der Nachbar keinen Zucker mehr hat, leid man in welchen. Ende Absatz Untertitelung des ZDF, 2020